Eine Videokamera in Houston im US-Bundesstaat Texas hat zufällig eine dramatische Szene festgehalten. Die Kamera zeigt zwei US-Podcaster. Sie nehmen in einem Café gerade eine Live-Podcast auf, senden diesen also auch, als plötzlich während der Sendung von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein SUV direkt auf die beiden zu rast und in das Schaufenster kracht. Ein Schockmoment für die beiden jungen Männer, aber sie haben Glück im Unglück und kommen ohne Verletzungen davon und setzen dann sogar ihre Podcast-Sendung weiter fort. Sie informieren ihre Zuhörer. Uns geht es gut. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.